21 längst deutscher Nationalspieler und seit dieser Saison auch ein Spieler des FC Bayern München. Niklas Süle, herzlich willkommen. Vielen Dank. Niklas, es ist bei dir alles ziemlich schnell gegangen. Bisschen stolz kannst du schon auf dich sein, oder? Ja, also ich habe natürlich schon einiges an Erfahrung sammeln können, trotz meines jungen Alters. Aber ich habe auch schon den einen oder anderen Rückschlag gehabt. Mit meinem Kreuzbandriss zum Beispiel kommt mich zum Glück immer wieder zurückkämpfen. Und hätte mir dann einer gesagt, dass ich zweieinhalb Jahre später beim FC Bayern unterschreibe, hätte ich das direkt natürlich erstmal nicht geglaubt. Aber ja, ich bin froh, wie es gelaufen ist. Jetzt bist du erst eine Woche hier an der Serbiner Straße. Alles neu, spannende Eindrücke sicherlich. Was hat dich am meisten beeindruckt bis jetzt? Ja, man hat natürlich schon vorher immer viel von der Serbiner gehört. Der Eindruck hat sich auf jeden Fall bestätigt. Also es ist natürlich hier eine riesen Kulisse auch beim Training und so. Das ist schon Wahnsinn. Die Fans warten vorne, wenn du in die Garage reinfährst. Das ist alles viel größer wie in Hoffenheim. Und da muss man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Es sind jetzt viele neue Eindrücke. Aber auf jeden Fall fühle ich mich sehr, sehr wohl. Sportlich war es kein so einfacher Auftakt. Die Mannschaft hat noch nicht so die richtige Form. Wie sieht es bei dir persönlich aus? Du bist jetzt eine Woche im Training. Aber wie ist dein Fitnesszustand? Ja, ich habe jetzt drei, vier Mal erst mit der Mannschaft trainiert. Ich hatte natürlich davor eine lange Pause. Ich habe mich aber weitestgehend im Urlaub ganz fit gehalten, dass ich jetzt schon auf einem ganz guten Level bin. Noch nicht bei 100 Prozent. Aber ich fühle mich eigentlich jetzt schon ziemlich gut. Ich denke, bei der Mannschaft war das ziemlich schwer mit der Asienreise. Die waren ziemlich platt bei 40 Grad. So viele Spiele hintereinander, es war nicht ganz einfach. Aber ich denke, morgen haben wir wieder die richtige Frische und wollen das erste Pflichtspiel natürlich gewinnen. Ich spreche es schon an. Morgen ist der Supercup. Dortmund gegen Bayern. Ein erstes großes Spiel mit dem FC Bayern. Wie groß ist die Vorfreude schon? Und warum wird man morgen einen anderen FC Bayern sehen als zuletzt beim Audi Cup? Ich denke, soweit ich das beurteilen kann, war der FC Bayern immer da, wenn es wirklich losging. Selbst wenn vorher mal natürlich viel Druck von außen kam und dann viel erwartet wurde, war der FC Bayern immer da. Das war gegen uns, gegen Hoffenheim auch oft der Fall, dass sie vielleicht vorher zwei, drei etwas schwächere Spiele gemacht haben und dann gegen uns auf einmal, wo der Druck größer wurde, auf einmal voll da waren. Und das ist natürlich auch eine Riesenqualität, die der FC Bayern hat. Und deswegen denke ich, dass wir morgen auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gesicht zeigen werden und auch das gewinnen werden. Und wie groß ist die Vorfreude bei dir in Dortmund? Großes Spiel im FC Bayern, erstes Pflichtspiel? Ja, riesig. Also ich freue mich jetzt unglaublich, dass es losgeht. Also das ist natürlich hier alles immer mit super Spielen verbunden, also riesen Kulissen. Und ich denke, dass uns auch die Fans da wirklich unterstützen werden, dass wir da auch ein gutes Spiel zeigen können. Apo große Kulissen, Stichwort Champions League. Gerade bei Auslosung. Hoffenheim, dein Ex-Verein, muss gegen den FC Liverpool ran. Hast du schon angerufen bei deinen Kollegen? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ex-Kollegen? Das sind meine Ex-Kollegen, aber ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Wir haben einen super Weg letztes Jahr gemacht. Den sollen die Jungs jetzt weitergehen ohne mich und Sebastian. Aber ich würde es auf jeden Fall den Jungs gönnen, vom ganzen Herzen, weil die sich das auch durch die letzte Saison verdient haben, dass es sehr, sehr schwer wird, ist klar. Aber ich denke, selbst wenn man da rausfliegt, ist man das erste Mal international vertreten. Und da kann man auf jeden Fall sehr stolz drauf sein. Klasse. Vielen Dank dir. Gerne. Und ein erfolgreiches erstes Pflichtschirm der FC Bayern München. Vielen Dank.